Einfach so geht, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Woche 2 ist vorbei, ich wollte beinahe 3 sagen. Und ihr seht es vielleicht an meiner Attire, an dem, was ich anhabe. Das Monday Night Spiel läuft gerade noch. Normalerweise habe ich die Videos gerne clean in einem Rutsch durchgefilmt. Heute habe ich gedacht, ich fange jetzt in der Halbzeit schon mal an, über ein paar Spiele zu reden und mache dann später weiter. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Mit meinen Tipps von letzter Woche bin ich entweder 12-4 oder 11-5. Das kommt halt darauf an, ob die Lions gewinnen oder nicht. Beziehungsweise, ob sie verlieren oder nicht verlieren, wäre für die Tipps besser. Insgesamt bin ich damit entweder 18-14 oder 17-15. Die jeweils richtigen Sachen habt ihr hier oben. Also, das ist mein Ergebnis von dieser Woche. Und das ist das Ergebnis insgesamt. Also, mein Tipp-Record. Wenigstens bin ich jetzt nach zwei Wochen positiv. Wie letztes Mal und wie letztes Jahr auch gerne wieder eure Kandidaten für Spieler der Woche in die Kommentare. Offensiv, Defensiv und Rookie jeweils für AFC und NFC. Die letzte Woche, der Kommentar, hat mit über 200 Likes gewonnen. Also, hatte insgesamt über 200 Likes. Von It's Pretty. Ja, das kennt man auf jeden Fall den Namen, ne? Ich lese mal kurz vor. Wir haben Kyla Murray in der NFC als Offensivspieler und Defensiv Chandler Jones. Rookie war Elijah Mitchell. AFC war es Tyreek Hill Offensiv. Defensiv TJ Watt. Und Rookie der Woche war Jamar Chase. Ich weiß nicht genau, was ich von Worst Performance halte. Macht, wenn ihr wollt. Macht es nicht, wenn ihr nicht wollt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte. Aber ja, Shoutout für den Kommentar. Mal gucken, wer es nächste Woche wird. Gut, wir fangen an mit den Bengals und den Chicago Bears als allererstes. Andy Dalton hat sich verletzt. Hatte elf Attempts. Hatte sogar ein ziemlich gutes Spiel, muss ich sagen, bis dahin. Beziehungsweise, es war effizient. Da sind nicht viele Yards bei rausgekommen oder sowas. Der eine Touchdown, kein Pick, war ganz gut. Es sah super merkwürdig aus, wie er sich verletzt hat, weil da letztendlich nicht wirklich viel passiert ist. Aber egal, am Ende des Tages war Justin Fields da. Sah nicht unbedingt so gut aus, muss ich sagen. Also, der Pick war maximal blind wirklich. Da weiß ich nicht, was passiert ist, weil der Linebacker halt einfach straight da stand. Aber gut. Auf der anderen Seite hat er halt ein bisschen was Rushing-mäßig gebracht. Also, er ist sehr, sehr viel selber gelaufen. 10 für 31 ist stabil. Montgomery hatte nicht so einen guten Tag wie in der ersten Woche. Aber ihr müsst auch immer dran denken, das ist jetzt nicht unbedingt das, wonach man Justin Fields beurteilen sollte. Weil das Spiel nicht für ihn gegameplant wurde. Man packt sich ja immer einen Plan zurecht, wie man irgendwie spielen will und sowas. Und das Spiel wurde halt für Andy Dalton gegameplant. Es ist ja nicht so, dass sie ihn absichtlich reingebracht haben nach der Hälfte, sondern dass quasi Andy Dalton sich verletzt hat. Und deswegen ist er reingekommen. Also, da würde ich noch warten. Er sah jetzt nicht unglaublich aus, hat am Ende ein ziemlich schlechtes Quarterback-Rating, aber er sah auch nicht furchtbar aus. Auf der anderen Seite, Joe Burrow hat einen echt gebrauchten Tag erwischt. Completion Percentage war okay, aber drei Picks in drei aufeinanderfolgenden Würfen. Ja, der Getippte, den würde ich ihm nicht unbedingt geben. Aber der Roquan Smith-Pick zum Beispiel, der war, ja, der war stark von Roquan Smith, aber der war auch blind. Also, da waren blinde Picks dabei auf jeden Fall. Insgesamt John Mixon durchwachsen. Bears Defense sehr, sehr stark. Bengals Defense auch besser, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Am Ende des Tages gewinnt die Chicago Bears Defense aber das Spiel. Und ich würde auch nicht von unverdient reden unbedingt. Burrow auch wieder gut kaputt gemacht worden. Klar, die Defense ist sehr gut, aber nachdem man erste Woche ja ganz zufrieden war, was ich so gehört habe, aus dem Bengals-Lager zumindest, mit der Pass-Protection, mit dem Run-Blocking und so, Woche zwei, Schritt nach hinten. Texans gegen Browns. Über das Spiel rede ich nicht allzu lange. Ich habe beschlossen, ich rede jetzt in den frühen Phasen der Saison. Ich weiß nicht, wie lange. Vielleicht nur noch nächste Woche oder vielleicht nächste Woche auch schon nicht mehr. Aber ich rede noch über alle Spiele, aber jetzt nicht, ich versuche nicht gleich viel über alle Spiele zu reden, weil es für manche einfach nicht so viel zu sagen gibt. Baker Mayfield hat sich stark wieder aufgerappelt nach der Verletzung da. Das sah erst überhaupt nicht cool aus, weil er so hochgekommen ist. Und der Arm wirklich einfach taub runterhing. Das war ein bisschen gruselig. Tyra Taylor hat eine Hamstring-Verletzung vorher auch wieder ein super starkes Spiel hingelegt. Mit dem einen Rush für über zehn Yards. Ich glaube, nur eine Incompletion insgesamt. Touchdown, kein Pick. Also auch ein richtig starkes Quarterback-Rating. Das ist sehr, sehr schade. Hamstring ist, und bei ihm scheint es eine relativ dolle Hamstring-Verletzung zu sein. Das ist so eine Sache, habe ich schon häufiger gesagt, diese Soft-Tissue-Sache, also Muskelgewebe, was auch immer. Das ist immer eklig, weil du dann nie ganz genau weißt, wann man wieder auf 100% ist. Klar, die Wissenschaft macht Fortschritte. Aber ich glaube, da lassen sie ihn zur Not lieber noch eine Woche länger raus. Und Davis Mills übernimmt das Ganze. Er sah okay aus. Auch wieder das Gleiche wie bei Justin Fields. Für ihn wurde nicht gegameplant. Der ist ein anderer Quarterback als Tyra Taylor. Da müssen wir gucken, wie es in der nächsten Woche aussieht. Denn ich nehme an, dass er nächste Woche starten wird und auch komplett spielt. Übrigens Tyra Taylor, denn seine Mutter hat letztens gesagt, das hat er, glaube ich, bei Pat McAfee, hat er das gesagt, da habe ich es mitgekriegt. Seine Mutter meinte, das ist jetzt zu viel mit dem ganzen, manchen nennen ihn Tyrod, manchen nennen ihn Tyrod. Ab jetzt sollen einfach alle Tyrod sagen und dann ist gut. Also vielen Dank an die Mutter von Tyrod Taylor, denn jetzt bin ich auch nicht mehr hin- und hergerissen. Jetzt weiß ich, ich kann Tyrod sagen. Spiel am Ende, Fumbles auf beiden Seiten, ein bisschen reingehauen, sage ich mal. Die Interception von Justin Reed fand ich gut. Und das Rushing-Game von den Browns war halt brownig. Also es war so, wie man erwartet. Es waren über vier pro Lauf. Nick Chubb hatte deutlich über vier pro Lauf. Kareem Hunt hatte, glaube ich, ungefähr vier. Also, ja, war ein starkes Spiel, wie erwartet. Rams gegen Colts. Interessantes Spiel. Stafford mit dem ersten Pick der Saison war auch sein Fehler. Aber ansonsten ein starkes Spiel, wieder dreistelliges Quarterback-Rating. Und der wird gut reinkommen, glaubt mir. Completion Percentage auch wieder okay. Aber das ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist nicht so wichtig, die Completion Percentage. Auf der anderen Seite Carson Wentz, wieder super wild, was der für Sachen macht. Der Shovel Pass kann er nicht werfen. Soweit ja, klar, theoretisch muss da der Titans sein. Also, ich rede über die Option, die er so an der Hand noch wirft, an der Goal-Line, der dann interceptet wird. Ja, ich weiß, dass der Titan da sein muss, dass es die Option ist, dass es jetzt nicht improvisiert war, sondern dass das Play quasi dafür designt war. Aber er muss trotzdem bestätigen, ob der da ist oder nicht. Du kannst eigentlich kaum im Football irgendwas blind machen und sagen, der wird schon da sein. Und wirfst ihn dann da hin. Das funktioniert so nicht. Deswegen ist es definitiv auch seine Schuld. Jacob Eason, natürlich die Interception. Shoutout dafür übrigens. Danke, dass er sich traut, zu Jalen Ramsey zu werfen in die Richtung. Was Quarterbacks, die erfahrener sind, nicht wissen. Oder was, nee, Moment. Was Quarterbacks, die erfahrener sind, wissen, dass man das vielleicht nicht machen sollte. Und er hat sich gedacht, ah, es ist auch nur ein Spieler. Zack. Oder vielleicht hat er noch gedacht, Jalen Ramsey hat die 20. Wer weiß. Und zack war dann die Interception. Hat mir gefallen. Cooper Cup wieder mit einem unglaublich geilen Spiel. Hoffen wir, dass Daryl Henderson schnell wieder fit wird für die Rams. Aber ich muss sagen, das war ein starkes Spiel. Ein Spiel auf hohem Niveau auf beiden Seiten. Carson Wentz hat sich beide Knöchel verstaucht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber irgendwann erzähle ich mal, was mit meinen Knöcheln los ist. Und was mich da so super verwirrt und alles. Ich kann momentan zu knöcheln, kann ich nichts wirklich sagen. Nächstes Spiel. Wir haben Bills. Und ja, es war ein kleiner Cut. Ich weiß nicht, ob irgendwas anders ist. Egal. Wir haben Bills gegen Dolphins. 35-0. Das ist natürlich ein bisschen kritisch. Tour hatte nur vier Passing Attempts. Also letztendlich kann man sagen, ja, vielleicht wenn er drinnen geblieben wäre, dann wäre das Spiel in eine andere Richtung gegangen. Jacoby Brissett sah nicht sonderlich gut aus für meinen Geschmack. Aber ich habe, glaube ich, auch schon jemanden gesehen, der meinte, er fand ihn besser als erwartet. Also bildet euch da am besten eure eigene Meinung zu. Josh Allen war stabil, aber die Dolphins Defense war an sich da. Ja, das klingt, finde ich, ein bisschen deutlicher, als es die meiste Zeit über war. Klar, wenn nochmal 14 Punkte dazu kamen im letzten Viertel. Wie gesagt, man kann es nicht so ganz ernst nehmen, weil Tour verletzt rausgegangen ist. Trotzdem denke ich, das zeigt nochmal, dass die Bills deutlich einen Schritt vor den Dolphins sind. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Spiel, wo Dolphins Fans reingegangen sind mit der Hoffnung, ey, Bills haben Woche 1 verloren. Wir haben gewonnen. Wenn wir jetzt auch nochmal gewinnen können, dann haben wir die Patriots die Bills geschlagen. Dann haben wir gezeigt, dass wir wirklich da ganz oben dazugehören bei uns in der Division. Ich sehe es einfach noch nicht so ganz ehrlich. Und ich nehme an, Dolphins Fans stimmen mir da jetzt zu. Kann natürlich auch sein, dass ihr denkt, Neventua drin geblieben wäre. Dann hätten wir das Spiel nicht nur deutlich knapper gestalten, sondern vielleicht sogar gewinnen können. Glaube ich persönlich nicht. Ich denke, Buffalo ist halt zur Zeit einfach ein Schritt vor den Dolphins. Bei Tour ist es eine Rippenverletzung, allerdings nichts gebrochen scheinbar. Was glücklich ist, weil es super schmerzhaft aussah, wie er rausgegangen ist. Aber ja, sieht so aus, als würde er auch irgendwann die nächsten Wochen wieder spielen können. Ich weiß nicht, ob vielleicht nächste Woche schon. Mal gucken. Patriots gegen Jets, 25 zu 6. Zu dem Spiel habe ich eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Jets Defense sieht ganz gut aus, eigentlich finde ich. Aber ja, dass Michael Carter viele Carries gekriegt hat, freut mich. Das Running Game für die Jets war da. Wenn sie nicht so früh so negativ offensiv gewesen wären, hätte man das Ganze vermutlich anders gestalten können. Aber das sind alles so Hätte-Wenn-und-Aber-Sachen, wisst ihr, das ist alles ein bisschen witzlos, das jetzt im Nachhinein zu besprechen. Die Patriots Defense war natürlich auch da. JC Jackson, glaube ich, mit zwei Interceptions, wäre mich nicht alles täuschen, wer die anderen beiden hatte. Eine hatte noch McCourt, die wäre mich nicht alles täuscht. Dieses absolute Geschenk. Und dann die vierte, weiß ich nicht. Aber ja, das kann man natürlich nicht machen. Zach Wilson war absolut nicht gut in dem Spiel. Aber ey, so. Rookie Quarterback gegen Will Belichick. Das ist, ich will nicht sagen, es ist okay, weil es kann natürlich von niemandem der Anspruch sein, mit null Touchdowns, vier Picks und einem Quarterback-Rating rauszugehen, was schlechter ist, als wenn man den Ball jedes Mal spiken würde. Aber es ist annehmbar, sage ich mal. Es ist zu erwarten und dementsprechend kein Grund zur Panik. Also, Zach Wilson, ihr wisst, ich war absolut kein Freund von Zach Wilson im Draft-Prozess. Bin immer noch nicht wirklich auf dem Zach Wilson-Hype-Train. Vielleicht einen Ticken mehr, aber macht euch nicht allzu sehr Kopf. McJones auf der anderen Seite sah stabil aus. Auch da wird noch mehr drauf kommen in Zukunft. Vielleicht der ein oder andere Touchdown, aber hat mir gefallen. Forte Niners, Eagles, 17 zu 11. Super defensives Spiel, deswegen eigentlich halt ziemlich geil für mich. Jimmy Garoppolo ist besser, als man erwarten würde, wenn man hört, ein Spiel 17 zu 11 ausgegangen. Da würde man halt prinzipiell direkt denken, oh, beide Quarterbacks sind nicht gut. Fand ich gar nicht mal so. Ich muss sagen, die haben einfach nicht viel gemacht, was sie nicht hätten machen sollen. Beide. Und das ist für Jayden Hurt sehr, sehr wichtig, gerade für so einen jungen Quarterback, dass man nicht zu viel versucht zu erzwingen. Ihr wisst, ich habe einen Begriff dafür. Das ist James-Winston-Syndrom. Und sowas nicht zu haben, ist super wertvoll. Elijah Mitchell war diesmal nicht so gut, wie er die Woche davor gegen Detroit aus sah. Aber generell, die Forte Niners-Offense sah nicht so gut aus, wie er die Woche davor gegen Detroit. Aber wenn ich mir das Spiel jetzt gerade angucke gegen die Packers, dann weiß ich halt auch, warum er gegen die Detroit-Defense gut aussieht. Auf der anderen Seite, die Eagles sind besser, als ich gedacht habe. Und auch diese Niederlage würde mich nicht zu sehr entmutigen als Eagles-Fan, glaube ich. Das Rushing-Game war da. Miles Sanders war wieder am Start. Chris Watkins mit dem langen Touchdown. Und das Ding ist halt, der war 90, äh, nicht Touchdown, mit dem langen Catch. Der war 90 Yards, glaube ich, ungefähr. Und dann da nicht zu scoren in den Drive ist halt bitter am Ende. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist ein defensives Spiel. Irgendwer muss es gewinnen am Ende. Vielleicht hätten sie es sogar beide verdient gehabt. Aber ich glaube, man kann nicht von einem unverdienten Sieg reden. So, Raiders gewinnen 26, 17 gegen die Steelers. Das heißt, ich muss jetzt auf den Raiders-Hype-Train aufspringen. Den mache ich auch, weil die Offense cool ist, weil sehr vertikal. Ähm, Derek Carr hat häufiger mal einen Checkdown und denkt sich, ne, mache ich nicht. Es kann halt auch passieren, dass er damit irgendwann mal Spiele verlieren wird. Aber, wenn man damit gegen die Pittsburgh Steelers-Defense gewinnt, starke Sache. Äh, ich habe ein paar Leute gesehen, die bei dem Touchdown, und ich versuche eigentlich so wenig wie möglich auf einzelne Szenen einzugehen, weil es immer ein bisschen blöd ist, ohne die zeigen zu können, drüber zu reden. Aber ich habe viele Leute gesehen, oder nicht viele, ein paar Leute gesehen, die bei dem Touchdown gesagt haben, äh, Minka Fitzpatrick muss da tiefer spielen. Der darf sich nicht überwerfen lassen von, äh, von Derek Carr, beziehungsweise Henry Ruggs darf nicht ihn überrennen, was auch immer. Ähm, ich glaube, sie haben Bracket-Coverage auf der anderen Seite gespielt über Waller. Das heißt, du hast jemanden außen über Waller, und dann hast du jemanden tief in der Mitte über Waller. Und das war, glaube ich, Fitzpatrick. Ich glaube nicht, dass es so, wie es aussah, seine Verantwortung war, die tiefe Mitte zu spielen. Äh, der Pass, unglaublich geil, mit Druck im Gesicht. Und ja, Henry Ruggs, wenn der alleine gegen den Cornerback ist, ist halt schwer. Noch dazu, wenn der sich dann ein bisschen verspekuliert in der Tiefe vom Play, beziehungsweise wenn der Cornerback einfach ein bisschen zu passiv ist und zu lange chillt, bevor er rausgeht. Ähm, die O-Line ist ein Problem bei Pittsburgh. Und das war abzusehen. Das Russian-Game ist wieder überhaupt nicht drin. Big Ben, ähm, ist, ist okay am Ende. Also, mit dem Big Ben zurzeit sollte man nicht 40 Mal passen, meiner Meinung nach. Aber dafür müsste das Running Game besser drin sein. Dafür müsste die Line besser sein. So, denn Najee Harris ist nicht das Problem. Das kann ich euch nach seiner College-Karriere und nach den ersten zwei Wochen und nach der Preseason kann ich euch sagen, Najee Harris ist nicht das Problem. Ähm, und es, es sind die Probleme, die man vorher angesprochen hat. Die offenbaren sich jetzt ein bisschen. Ich war tatsächlich verblüfft, dass sie 26 Punkte zulassen gegen die Raiders. Ähm, und ich war vor allem verblüfft, dass Derek Kahn nicht 19 Mal gesackt wird. Aber die O-Line macht da echt einen stabilen Job. Die haben sie ja komplett umgestellt. Im Running Game ist die natürlich absolut nicht mehr so geil, wie die letztes Jahr war. War einfach eine komplett andere O-Line. Die haben jetzt, glaube ich, ungefähr nur zwei Jahres pro Carry gehabt. Aber, ähm, Pass Pro ist da auf jeden Fall. Und Derek Kahn sagt, vielen Dank. Ich hab meine Waffen tief. Nehmen wir. Let's go. Saints, Panthers. Das ist wieder so ein Ding. Es gibt manche Teams, die kannst du einfach nach zwei Wochen nicht einschätzen. Oder ganz viele Teams eigentlich. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Saints klatschen in Woche 1 die Packers an die Wand. Und werden dann Woche 2 kaputt gemacht von den Panthers. Und wenn man vor der Saison jemanden fragt, ja, sortier mal im Power-Ranking die Panthers und die Packers ein. Ich glaube, die Panthers werden selten in der ersten Hälfte genannt worden. Selbst von mir, obwohl ich die ja als Geheimfavoriten hatte. Und die Packers werden vermutlich immer in der Top 10 gewesen. Vermutlich sogar Top 5 mit Aaron Rodgers. Und sowas passiert dann halt auf einmal. James Winston hatte keinen guten Tag. Hatte ein absolutes James-Winston-Syndrom in mehreren Situationen. Evan Kamara hatte keinen guten Tag. Es hatte letztendlich niemanden guten Tag bei den Saints. Das kann ich euch sagen. James Winston am Ende mit dem Rushing-Touchdown. Aber es war dann da auch schon gelaufen. Auf der anderen Seite die Carolina Defense. Da ist letztendlich genau das passiert, was ich letztes Jahr die ganze Zeit meinte. Von wegen, die ist jung. Die müssen nur einen Schritt nach vorne machen. Und jetzt haben ein paar Spiele halt diesen Schritt nach vorne gemacht. Brian Burns ist nach wie vor ein Terror. Shaq Thompson spielt immer noch sehr gut. Der ist jetzt niemand von denen, die super jung sind, die einen Schritt nach vorne machen natürlich. DJ Moore ist da. Christian McCaffrey ist auch jedes Spiel wieder da gefühlt. Auch wenn es Rushing-mäßig jetzt nicht so gut war vom Average dieses Spiel. Also die Panthers sehen bisher echt, echt gut aus, muss ich sagen. JC Horn mit der ersten Interception. Das ist bestimmt auch cool für Panthers-Fans. Also ich fühle mich sehr sicher an meinen Geheimfavoriten-Tipp. Jedra Broncos 23, Jacksonville Jaguars 13. Das ist vermutlich so ein Spiel, über das ich nicht geredet hätte. Oder das wäre vermutlich eins der wenigen Wesen, die ich rausgelöscht hätte diese Woche. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, über jedes Spiel noch zu reden. Das und vermutlich Browns und so. Denn erwartbares Ergebnis, nicht besonders hoch in die eine oder die andere Richtung. Trevor Lawrence, ja, ich weiß, er struggelt in den ersten zwei Wochen. Aber auch da, macht euch keinen Kopf. Der Return-Touchdown war stark von Jacksonville, von Jamal Agnew. Hat mir gefallen. 102 Jahre, sehr, sehr gut. Teddy Bridgewater sieht viel besser aus, als ich gedacht habe. Allerdings, bisher auch nicht extrem viel machen müssen. Erste Woche mehr oder weniger verwaltet, sage ich mal. Diese Woche jetzt hat er viele Yards, hat eine super Completion-Percentage. Zwei Touchdowns, kein Pick, was auch immer. Gefällt mir gut. Cortland Sutton ist wieder da, aber sowas von. Das ist geil. Keine Ahnung, Gervonta Williams ist da. Also die Broncos-Offense ist besser, als sie letztes Jahr war. Und die Defense ist ungefähr genauso gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob es am Ende für die ganz krassen Spiele reicht. Aber so wie das Team momentan aussieht, muss man eigentlich mit den Playoffs rechnen, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, man merkt die Baustellen bei den Jaguars. Aber das war, glaube ich, jedem klar. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sie dieses Jahr irgendwie viele Spiele gewinnen. oder immer mit am Start sind oder so. Denn Spiele gehen eher leichter maus sein, wenn du ein sehr junges Team hast. Und das ist weder extrem talentiert, noch halt nicht so talentiert, aber dafür mit vielen Veterans, wie zum Beispiel Texans. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Texans in vielen Spielen bis zum Ende drin bleiben werden, weil die einfach super viel Erfahrung im Team haben. Bei Jacksonville ist es so, super junges Team, plus noch Löcher auf vielen Positionen. Deswegen sollte der Anspruch nicht sein, unbedingt dieses Jahr viele Spiele zu gewinnen, sondern einfach, hey, die jungen Spieler, die guten Spieler, die Zukunfts-, was weiß ich, Hoffnungsträger sollten gut spielen. Und das passiert. Vikings 33, Cardinals 34, Vikings-Fans, wie fühlen wir uns? Oh weia. Das ist wirklich, das ist beinahe noch bitterer, als wenn man einfach Fan von einem schlechten Team ist. Weil das jetzt das zweite Spiel war, was man hätte gewinnen müssen eigentlich. Und was man nicht gewinnt. Also, das ist wirklich super bitter. Vor allem, wie weit war das Field Goal am Ende, mit dem man hätte gewinnen können? 37. Und dann hat der Kicker, der das Field Goal verhauen hat, auch noch einen Extrapunkt verhauen. Und der Extrapunkt wäre halt genau dieser eine Punkt gewesen, der gefehlt hat. Das ist natürlich super ärgerlich. Vor allem ist es umso ärgerlicher, wenn man ein richtig gutes offensives Spiel vom eigenen Team einfach so verschenkt. So, weil Kirk Cousins hatte einen super Tag, hat gut gespielt. Ein bisschen gefehlt in wichtigen Situationen zwischendurch mal. Aber insgesamt kann man Kirk Cousins keinen Vorwurf machen an dem Tag. Dervin Cook war gefühlt dreimal verletzt und immer wieder raufgekommen. Hat am Ende sechs Jahres pro Carry. 150 Jahres insgesamt Receiving und Rushing. Also, auch Dervin Cook kannst du keinen Vorwurf machen. Den Receivern kannst du nicht wirklich einen Vorwurf machen. Der Defense, ja, der Defense kannst du einen Vorwurf machen in mehreren Situationen. Contain nicht gehalten, Kyler Murray hatte halt ein sehr starkes Spiel. Aber am Ende holt auch die Defense zwei Picks so. Also, ja, klar, wenn du zwei Picks holst und trotzdem 34 Punkte zulässt, ist halt auch echt nicht gut. Aber das ist so ein Ding, wo es mir sehr schwer fallen würde, wenn ich in dem Team bin, nicht super sauer auf den Kicker zu sein. Aber letztendlich ist es nicht gut genug seit Jahren bei den Vikings. Und dann muss man sich halt auch mal Gedanken machen, ist es Mike Zimmer oder nicht? So, und wenn du den rausschmeißt, dann ist halt das Risiko, okay, wenn dann jemand kommt und auf einmal bricht das Team komplett zusammen, dann war es halt immer das Maximum, was man rausholen konnte mit Mike Zimmer. Könnte aber auch passieren, dass dann irgendjemand kommt mit vielleicht einer ein bisschen neuen Team-Identität, mit einer neuen Art von Playcalling, was auch immer, der das Team größtenteils zusammenhält und Erfolg hat. Ich weiß nicht, ob es Zeit ist, darüber nachzudenken. Ich würde beinahe sagen, nein. Aber ich weiß inzwischen nicht mehr, was man noch großartig ändern soll. Es scheint einfach nicht zu funktionieren. Und wenn die die Leistung Woche 1 gebracht hätten, hätten die ganz entspannt gewonnen. Haben sie nicht. Haben sie Woche 2 gebracht und trotzdem nicht gewonnen. Super ärgerlich. Falcons Bucking ist vermutlich das nächste Spiel, was ich rausgenommen hätte, wenn ich nicht über jedes rede. Aber am Ende fand ich es eigentlich gar nicht so schlecht von den Falcons. Dass dann am Ende noch die zwei Pick-Sicks dazukommen, ist natürlich super ärgerlich. Gerade der letzte davon, der an der Line gebettet wird und dem halt perfekt in die Hände springt da. Aber Tom Brady mit seinen 5 Touchdowns, super starkes Spiel. Leider ein paar davon zu Gronkh finde ich nach wie vor einfach eklig den Typen, aber ist auch egal. Mike Evans hat ein besseres Spiel. Und insgesamt hat Brady das einfach super gleichmäßig verteilt auf alle. Der scheint, also was heißt der scheint, der ist richtig heiß zur Zeit. Der ist einfach absolut, also heiß im Sinne von heiß gelaufen, bevor mir jetzt komische Sachen unterstellt werden hier. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich fand die Falcons gar nicht sonderlich schlecht. Beziehungsweise einfach nur super inkonstant. Man hat ab und zu Momente gehabt, wo ich sage, Alter, es geht doch, was ist denn los bei euch? Warum nicht die ganze Zeit so? Dann zum Schluss ein bisschen zusammengebrochen, verdienter Sieg. Mehr muss man darüber nicht sagen, glaube ich. Da sind die Machtverhältnisse einfach sehr weit auseinander und das war vorher klar. Cowboys, Chargers, uff, ne? Ich fand beide Quarterbacks gut. Das kann ich erstmal vorwegstellen, auch wenn die am Ende glaube ich beide mehr Picks als Touchdowns haben. Es kann sogar sein, dass der gar keinen Touchdown hat, nur einen Pick. Und ich glaube, Justin Herbert hat einen Touchdown, zwei Picks, kann es sein. Aber Justin Herbert hat wieder super viele Yards und zusätzlich noch super viele Yards, die per Penalty zurückgezogen wurden. Ich muss sagen, als sie in der Red Zone waren da zum Schluss und dann noch das Feelcore mitnehmen wollten, also da ging nichts zusammen für meinen Geschmack. Die ganzen Strafen haben keinen Sinn ergeben. Als er den noch weggeworfen hat und dann war es angeblich ein Zack, weil er berührt wurde vom D-Liner, während er rückwärts gegangen ist. Also super inkonstantes Refereeing mal wieder. Das ist ein bisschen ärgerlich. Für mich ist inzwischen eigentlich klar, dass Tony Pollard der Running Back Nummer 1 sein muss bei den Cowboys. Und jetzt wird es langsam so eine Sache. Ja gut, aber Ezekiel kriegt viel Geld. Deswegen muss er da wenigstens auf dem Papier Running Back 1 sein. Und vielleicht sollte er auch mehr Chargers kriegen. Ist egal. Das Geld ist sowieso jetzt erstmal weg. Wer beim Spiel mehr Carries hat, hat keinen Einfluss darauf. Deswegen würde ich sagen, Tony Pollard, Running Back 1, ist einfach besser zur Zeit auf dem Feld. Auf der anderen Seite, die Defense von den Chargers sieht richtig gut aus. Die Offense braucht ein bisschen mehr Playcalling-Expertise. Da sind ein paar Playcalls bei gewesen, wo ich mir denke, Jungs, worauf wollt ihr hinaus in der Situation? Was soll das hier werden? Am Ende Chargers wieder super Pech gehabt. Ey, das ist unglaublich. Es gibt einfach ein paar Franchises, unter anderem auch die Vikings, über die wir schon geredet haben. Und da die Feldkans auch ein bisschen. Die haben einfach so viel Pech immer. Das ist unglaublich. Ich würde sagen, die Lions auch. Aber da bin ich halt ein bisschen parteiisch. Deswegen, I don't know. Man kann nicht wirklich von einem unverdienten Sieg reden. Aber die Chargers hätten es meiner Meinung nach definitiv auch verdient gehabt. Oh, Titans, Seahawks. Was ein Ding, ey. Seahawks zwischendurch super weit vorne gewesen. Zur Halbzeit irgendwie 24-9 oder so. Und dann das Comeback von den Titans in der zweiten Hälfte. Auch Derrick Henry hat wieder super langsam gestartet. Und irgendwann ist er dann ins Spiel gekommen. Hat am Ende wieder über fünf Jahres pro Carry drei Touchdowns oder sowas. Mit halt super vielen Carries. Also es ist unglaublich. Auf der anderen Seite Russell Wilson war auch am Anfang super im Spiel drin. Und dann irgendwann wieder einfach gefühlt keinen Einfluss mehr gehabt aufs Spiel. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, ab irgendwann hat der super schlecht gespielt. Nein, gar nicht. Aber irgendwann war einfach der Einfluss weg. Irgendwann hast du nicht mehr gesagt, oh, also als Titans-Fan. Ah, die kriegen sowieso das First Down, die haben Russell Wilson. Irgendwann war es einfach so, als ob da irgendein Quarterback spielt. Ich beharre nochmal auf meiner Meinung, dass Lockett der mit Abstand beste Receiver im Team ist. Und dass er deutlich besser ist als DK Metcalf. Was nicht schlimm ist. DK Metcalf ist trotzdem gut. Aber für alle, die DK Metcalf so als Top-5-Receiver nennen. Denn wenn man das wirklich ernsthaft so meint, dann muss halt Lockett auch ein Top-5-Receiver sein. Und das wird dann schon ein bisschen schwer so irgendwie darzustellen. Running Game war stabil. Generell offensiv war eigentlich alles stabil bei den Seahawks. Defensiv hat es mir zum Schluss wirklich ein bisschen gefehlt. Das war alles ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ich kann am Ende auch nicht wirklich sagen, woran es liegt. Die Titans gewinnen am Ende das Spiel. Ist super bitter für die Seahawks. Das hätten die gewinnen müssen. Die hätten einfach definitiv, ich sage es häufig, aber Fuß auf den Gaspedal lassen müssen. Weil die einfach irgendwann nachgelassen haben. Ich weiß nicht, ob sowas einfach irgendwie passiert. Oder ob die den Eindruck hatten, wir haben sowieso gewonnen, Jungs. Aber es war letztendlich nach der Führung, nachdem er sich das rausgearbeitet hat, zu wenig. Und ich habe gesagt, ich will nicht zu viel über einzelne Szenen reden. Aber der Julio-Touchdown war für mich ein Touchdown. Deswegen vielleicht ganz gut, dass am Ende die Titans gewonnen haben. Dann ist das nicht so eine dicke Sache. So, Sunday Night Football. Ah, super geil. Mit einem Punkt natürlich. Spiele, die mit einem Punkt gewonnen werden. Und dann, wo halt gerade auch noch ein Comeback dabei ist, super geil. 36 zu 35 für die Ravens gegen die Chiefs. Am Ende Lamar Jackson wieder nicht unbedingt ein guter Quarterback. Aber ein super Football-Spieler in dem Spiel. Unglaublich. 100 Rushing Yards, 230 Receiving Yards, wollte ich gerade sagen. Passing Yards, keine Receiving Yards. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes wieder mit über 300 Passing Yards. Die Interception war ein James-Winston-Syndrom-Fall bei Patrick Mahomes. Darf er nicht werfen, muss er nicht werfen. Ist Quatsch. Und letztendlich, ich will nicht sagen, verliert das das Spiel. Ist falsch. Aber letztendlich ist es vermutlich mitentscheidend. So, die beiden Interceptions von Lamar waren auch nicht nötig. Beziehungsweise rennst du dann halt die ganze Zeit diesem einen Touchdown hinterher. Und das ist genau das Gleiche, was bei den Vikings passiert ist. So, die Ravens waren in Woche 1 einfach echt nicht gut. Und in Woche 2 gegen einen deutlich stärkeren Gegner. Da haben sie auf einmal das Potenzial ausgespielt. Bloß, dass die Ravens dann am Ende halt noch geschafft haben zu gewinnen. Das heißt, ich bin jetzt wieder deutlich höher auf den Ravens. Nach nächster Woche, also da wird sich vermutlich nichts ändern. Denn ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Offense nächste Woche brillant aussehen wird. Denn man spielt gegen die Detroit Defense. Aber ja. Das ist einfach eine komplett andere Defense. Du musst absolut dafür gameplanen. Das ist richtig schwer. Und das war ein von vorne bis hinten unterhaltsames Spiel. Der Travis Cassie-Touchdown hat mich richtig genervt, weil ich gedacht habe, Alter, das ist eigentlich so gut verteidigt. Und dann auf Ende macht der... Und ist da durch. Die hatten Tyreek Hill gut im Griff. Das war definitiv eine Priorität bei den Ravens. Und ich sage mal, mit den Verletzungsproblemen gegen die Chiefs zu gewinnen, in einem Spiel, wo du zurückkommen musst, worauf die Offense eigentlich nicht ausgelegt ist, worauf das Team eigentlich nicht ausgelegt ist, das ist schon eine richtig starke Leistung, muss ich sagen. Monday Night Football, ich kann euch das finale Ergebnis noch nicht sagen, weil das Spiel noch läuft. Aber gerade bei der 4th Down Conversion, die nicht funktioniert hat im dritten Viertel, war klar, dass das Spiel vorbei ist. Also ich will nicht sagen, es war von Anfang an klar. Aber wenn man ein bisschen Ahnung von Football hat, weiß man, dass die Chance, was da passiert, dass es super gering ist. Die Quote steht halt auch nicht umsonst bei 12 Punkten oder sowas. 12 Punkten Abstand. Dann kommt natürlich noch dazu, dass wir Verletzungspech haben. Und von der Position, wo unsere Backups sowieso schon am schlechtesten sind, vermutlich, dass sich da dann mal schnell in den ersten zwei Spielen zwei Starter verletzen. Und dass wir jetzt auf einmal mit einem Corner spielen, der in seinem dritten Jahr ist, glaube ich, der in fünftrotem Corner war. Der nächste ist ein Rookie Undrafted Free Agent. Der dahinter ist ein Undrafted Free Agent in seinem zweiten Jahr, der bis vor ein paar Monaten noch Safety war. Der dahinter ist ein Rookie Undrafted Free Agent aus diesem Jahr. Und das gegen die Packers ist halt einfach nicht drin. Packers Passrush ist nicht da. Und ich bin ehrlich, die Packers klatschen gerade gut. Die haben 35 Punkte oder sowas. Offensiv sieht's auch, sieht's gut aus. Aber ich nehme das Spiel nicht ernst, muss ich sagen. Weil erstens, offensiv, die spielen gegen die Lions Defense. Die Lions Defense. Und ich weiß, dass es für euch so rüberkommt, wie, ja, er sagt das nur, weil er halt so pessimist ist und weil es sein eigenes Team ist. Nein. Guckt euch die Spiele an. Die Defense ist wirklich absolut trash schon wieder. Weil wir haben keinen Linebacker, der covern kann. Beziehungsweise haben wir einen, aber der spielt nicht. Das ist Derek Barnes. Unsere Safeties sind Schrott. Beide leider, weil ich Tracy Walker eigentlich sehr mag. Harris hat noch nie irgendwas gerissen. Wie gesagt, unsere Cornerbacks sind verletzt. Das Einzige, was gut ist bei uns, ist die D-Line. Und das bringt halt nichts, wenn du nur ein gutes Level hast, wenn die anderen beiden dahinter Schrott sind. Also die können halt machen, was sie wollen. Noch dazu, wenn du, um diese Level zu schützen, quasi deine ganze Zeit too high spielen musst, dann machst du es quasi wieder schwer für dein eigentlich bestes Level, für die D-Line. Dadurch sieht die letztendlich auch nicht so gut aus. Also ja, und die Defense von den Packers wurde am Anfang eigentlich ziemlich überrannt. Und das sollte auch nicht wirklich passieren. Die haben absolut keinen Passrush kriegen können, das ganze Spiel, gegen ein Team, was mit einem Tackle spielt, der bis vor zwei Jahren noch Defensive End war. Der einfach nur Tackle ist, weil er groß ist. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich positiver auf den Packers bin nach dem Spiel. Vermutlich ändert sich meine Meinung einfach nicht sonderlich. Ich bin ja nach der ersten Woche auch nicht wirklich runtergegangen, weil ich dachte, ey, chillt ist Woche 1, so ne. Aber ich gehe jetzt nach der zweiten Woche auch definitiv nicht hoch. Also ich warte immer noch ein bisschen ab bei den Packers. Das Team ist mir suspekt. Ich dachte vor der Saison, dass die definitiv ganz oben mitspielen werden in der NFC. Es sieht langsam echt nicht so wirklich so aus. Aber wir haben natürlich auch noch super viel Zeit bis Dezember, bis Januar, bis dann die Playoffs anfangen und sowas. Bis dann wird sich noch einiges tun, deswegen erstmal abwarten. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr einen Like da lasst. Denkt daran, nachher kommt noch das College-Video zum letzten Wochenende, College-Football-Rückblick. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.